Loredana, was ist das denn hier? Ich hab dir doch noch mehr gegeben. Und warum ist das hier kaputt? Das war in einem Ding drinnen. Tut mir leid, aber ich musste das auspacken. Ich hatte keinen Platz mehr. Ich musste noch ein paar Essenssachen einpacken. Und dann hast du die einfach so in deinen Koffer reingelegt? Nee, ich hab die eigentlich im Pulli eingewickelt. Im Pulli eingewickelt und dann gewischt obendrauf und zack. Silvias nächster Stopp, Nesthäkchen Loredana. Die Hochschwangere freut sich besonders darauf, Servet wiederzusehen. Ihr Freund und der Vater ihres Kindes. Loredana? Ja? Hi, wo bist du? Badezimmer. Und alles in Ordnung bei dir? Ja, und bei dir? Auch alles in Ordnung. Ich bin gerade rund gegangen machen. Mal überall gucken, ob alles in Ordnung ist. Wie war denn eigentlich gestern mit dem dicken Babybauch der Flug? Anstrengend, aber war in Ordnung. Ja. Ja, der Flug da war ein bisschen anstrengend, weil das Baby die ganze Zeit getreten hat. Und der Druck war jetzt ganz anders, wie wo ich das letzte Mal geflogen bin. Aber es hat alles gut funktioniert, mir geht es super. Und ich freue mich Servet wiederzusehen. Wie sieht das aus? Triffst du dich heute mit Servet? Ja, deswegen mache ich mich gerade fertig. Ja? Ich bin gleich auch www.vec.de. Wir wollen uns nämlich Kinderwagen angucken. Aber schick mir immer Fotos, wenn du was siehst. Ja. Ich bin gerade überall am rumrennen für meine Weihnachtsdeko. Die wollte ich holen. Ach, deine Weihnachtsdeko. Ja, die liegt in der Küche. Die habe ich schon ausgepackt. Aber ich muss dir da eigentlich noch was bei. Geh einfach gucken. Wo? In der Küche, Mama. Dann habe ich alles unten zusammen. Loredana, was ist das denn hier? Ich hatte dir doch noch mehr gegeben. Und warum ist das hier kaputt? Das war in einem Ding drinnen. Mama? Ja? Tut mir leid, aber ich musste das auspacken. Ich hatte keinen Platz mehr. Ich musste noch ein paar Essenssachen einpacken. Und dann hast du die einfach so in deinen Koffer reingelegt? Nee, ich habe die eigentlich in den Pulli eingewickelt. In den Pulli eingewickelt. Und dann Gewicht obendrauf und zack. Ja, darüber habe ich nicht mehr aufgedacht. Also bei Loredana gab es jetzt hier ein bisschen Kugelbruch von den Weihnachtskugeln. Aber ich meine, damit habe ich gerechnet gehabt. Deshalb habe ich auch etwas mehr eingepackt. Ich gehe jetzt mal nach Estefania gucken, wie die geschlafen hat. Entschuldigung, Mama. Bei Mama habe ich so im Moment den Schwangerschaftsbonus. Das heißt, die ist nicht so gemeint zu mir. Und deswegen hat die mich, glaube ich, nicht ganz so auseinandergenommen mit den Kügelchen. Weil die weiß halt, dann fange ich direkt an zu heulen wegen meinen Hormonen. Loredana, Loredana. Faustdick hast du's hinter den Ohren. Von Hormonen zu Schmetterlingen im Bauch. Wie geht's, Estefania? Hi. Hi. What makes the king? Ich gucke gerade, was ich anziehe. Zeig mal. Das wird dir auch stehen. Ja, das auch. Aber das Schwarze würde ich jetzt nicht sagen. Nein, also das Schwarze würde ich sagen. Wofür sucht ihr jetzt raus? Heute Abend? Nee, weil Ali kommt doch gleich. Ich sehe Ali gleich wieder. Freust du dich an? Mhm. Mir geht's heute sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier gut angekommen sind. Und ja, freue mich auch, wenn ich Ali dann heute wieder sehe. Weil wir haben uns jetzt auch ein bisschen länger nicht gesehen. Und deswegen will ich halt, dass alles sitzt. Mein Outfit, alles drum und dran. Dann habt ihr jetzt die nächste Zeit wieder nur eure Lovers im Kopf, wa? Ach Quatsch, Mama. Wir haben die jetzt länger nicht gesehen. Dann ist ja normal, dass wir uns ein bisschen hübsch machen wollen. Länger nicht gesehen. Ja, was denn? Du siehst Harald jeden Tag, ob wir hier sind oder in Deutschland. Deshalb freue ich mich auch, wenn ich alleine einkaufen gehe. Ja, guck mal. Und ich freue mich, wenn wir hier sind. Ähm, habe ich bei dir auch Weihnachtsdeko geparkt gehabt? Bruder, ich habe dankend abgelehnt. Bei mir hast du keine Deko. Ich habe dankend abgelehnt. Ja, also ich denke, dass Mama gefühlt von der Deko geträumt hat. Heute morgen motiviert aufgestanden ist und der erste Gedanke war Deko. Äh, so wie die hier schon rumrennen und ihre Deko am Suchen ist. Ja, gut. Dann mach dich mal schickimicki und dann kommst du gleich runter. Okay. Nur nimm nicht so viel Farbe, sonst erkennt er dich nachher nicht. Während in Sachen Make-up bei Mama Silvia weniger mehr ist, kann die 57-Jährige von einer Sache nicht genug kriegen. Weihnachtsdeko. Scheiße. Boah. Was war das denn jetzt? Ja. Ach, Schatz, sag mal. Ich könnte hier jetzt schon wieder so eine Krawatte kriegen. Ja, hol mal einen Besen, ne? Boah, guck mal, bis wohin das gesprüht ist. Ja, ja, lass mal, ich hol mal einen Besen. Weil ich diesen blöden Stuhl anrücken musste, ja, weil er mitten im Weg stand, fallen mir noch die restlichen beiden roten Kugeln runter. Ich dachte, mich frisst der Papst. Oh, Dana, der hätte ich am liebsten den Kopf abgerissen, aber ... Warum? Ja, weil die Kugeln ... Die Kugeln hat die im Pullover getan. Guck doch mal, das sind doch keine Plastikkugeln. Im Pullover? Im Pullover. Und dabei sind nämlich auch drei Stück kaputt gegangen. Die mal auf die Seite. Nee, ich geh jetzt meinen Koffer holen und mach das. Ja, aber Schatz. Ja. Du brauchst dich über andere nicht aufzuregen, wie in der Kugel, ne? Warum? Du hast ja auch zwei Stück hier gedippert, ne? Scherben bringen Glück. Und wer weiß, vielleicht beschleunigt Silvias Missgeschick die neuen ICAMET-Anträge der Familie. Drei Stunden später checken Serafina und Harald das online. Harald, guck mal hier. Sind die Genehmigungen vom ICAMET? Und hier steht ja irgendwie die Nummer drauf. Ich weiß nicht, ob du da mal gucken kannst, wie weit die sind? Doch, da steht, ich möchte das Ergebnis meines Verlängerungsantrags überprüfen. Aber das war ja kein Verlängerungsantrag, oder? Das war ja ein Neuantrag. Ja, aber das ist das Gleiche sein, nehme ich an. Hi. Hi. Und wie läuft's? Ja, ich sag mir mal, ICAMET, ICAMET, ICAMET. Ich hab nichts anderes die letzten, ja, Wochen gehört hier. Ja, ich muss ja auch warten. Ja. Ja, ICAMET ist beantragt, aber die dauern halt. Und jetzt müssen wir warten, bis die dann ankommen. Ja, guck mal, wer da kommt. Ohlala. Ohlala. Danke, bis her. Ist das schön, jung zu sein. Also, ich finde richtig süß, ne? Man hat's jetzt gesehen bei der Begrüßung, wie die sich gefreut haben, was da von der Ausstrahlung rüberkommt. Und das war schon richtig emotional. Und ja, ich kann nur sagen, ist ganz einfach so. Die beiden sind verliebt und wir waren auch alle mal jung gewesen und wissen, wie das ist. Und bei den beiden ist es ja nur mal so, dass da eine Fernbeziehung im Moment noch ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder zusammen sind und unsere Dreisamkeit so ein bisschen genießen können. Und jetzt können wir auch endlich mal auf Shoppingtouren gehen, denn wir brauchen einen Kinderwagen. Ja. Muss ich sagen, ich freue mich auch voll. Das muss man fühlen. Weißt du, diese Gefühle ist die beste Gefühle auf der Welt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt wieder hier bin und dass ich auch wieder bei Ali bin. Und ja, wir werden auf jeden Fall die Zeit jetzt zusammen genießen, weil wir wissen ja auch nicht, wie lange wir jetzt hier sind, weil wir auch nicht wissen, wie lange das mit dem Ikamet dauert. Aber es ist krass, ne Mama? Guck mal, es ist voll großer geworden. Das merkt man nicht in einem Video. Guck mal, du hast die jetzt eine Zeit lang nicht gesehen. Ja, ich freue mich. Wir sind wieder hier und alle gesund. Und habt ihr die Hühner vermisst? Oder habt ihr erst mal richtig Party gemacht? Ja, genau. Du sagst einfach, hast du Party gemacht? Ja, natürlich. Das ist ein superschönes Gefühl zu sehen, wie herzlich er von der Familie empfangen wird. Ja, man merkt da halt auch, dass sie sich alle mögen und das war mir sehr wichtig. Natürlich ist mir sehr wichtig. Silvia hat Ali und Servet ins Herz geschlossen. Sie gehören bereits so sehr zur Familie, dass das Familienoberhaupt sie gleich für die wichtigste Aktion in diesem Urlaub einspannt.